Duffy, Lebenszeichen, Sängerin meldet auf Instagram zurück. Jahrelang war sie abgetaucht. Vor drei Jahren machte Duffy, 38, dann den schockierenden Grund für ihre Abwesenheit öffentlich, die britische Sängerin offenbarte. Dass sie tagelang festgehalten und vergewaltigt worden war auch noch Jahre nach diesem furchtbaren Erlebnis ist es ruhig um die Mercy-Interpretin. Doch jetzt freuen sich ihre Fans über ein Lebenszeichen. Auf ihrem Instagram-Account teilte die balesische Künstlerin erstmals seit Monaten wieder ein Foto von sich und persönliche Zeilen. Die Aufnahme zeigt sie lächelnd im Gespräch und mit einem Kaffeebecher in der Hand, nur ein Post. Punkt, um euch allen einen schönen Sonntag zu wünschen und um zu sehen, wie es euch allen geht, ganz viel Liebe. Duffy, schreibt sie zu dem Schwarz-Weiß-Bild. Von ihren Fans wurde das Posting bisher fast 24. 0 0 0 mal geliekelt, wir vermissen dich und deine Musik, kommentieren ihre Follower, innen. Und Duffy antwortet in den Kommentaren mit einem Herzen. Davor hatte Duffy ein Posting mit den einfachen Zeilen Liebe geteilt. Die beiden Beiträge sind ihre ersten seit etwa einem Jahr. Die Fans hoffen nun auch auf neue Musik der Sängerin. Ihr letztes Album Endlessly erschien 2010. Kurz danach zog sie sich für beinahe 10 Jahre aus der Öffentlichkeit zurück. Auf ihrer offiziellen Webseite machte Duffy 2020 in dramatischen Zeilen öffentlich. Was ihr in der Zwischenzeit zugestoßen war, an ihrem Geburtstag sei sie in einem Restaurant unter Drogen gesetzt und anschließend entführt. Tage lang gefangen gehalten und vergewaltigt worden. Verständlich, dass sie eine lange Zeit brauchte, um dieses furchtbare Erlebnis zu verarbeiten. Verwendete Quelle, instagram.com, iamdoficom. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020